Hallihallo, hallöle Leute, da sind wir wieder, das Anton und der DOSCOP und wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fall im Sam & Max Universum. Wir spielen heute wieder Sam & Max Save the World oder auch bekannt als Sam & Max Season 1, Staffel 1, was auch immer. Und wir haben ja schon die ersten vier Folgen davon durchgespielt. Jetzt überlege ich gerade, wie hießen die noch mal alle. Ich habe das sogar irgendwo stehen. Moment, jetzt spielen. Ha, will er nicht, weil es schon an ist. Ich lese noch mal kurz vor, wie die einzelnen Folgen hießen. Das war Folge 1, Culture Shock, der Kulturschock. Folge 2, Situationskomödie. Folge 3, der Maulwurf, die Mafia und die Millionen. Folge 4, Ape Lincoln muss sterben. Und heute kommen wir zu Folge 5, Realität 2.0. Bin ich mal gespannt. Wie gesagt, wir spielen eigentlich nicht das Remaster, sondern wir spielen die alte Version. Wir haben das Remaster gekauft, waren dann aber enttäuscht, dass es nur auf Englisch war. Im Remaster gab es aber kostenlos Staffel 1 mit dazu. Also das alte, das Altspiel, das alte 2007er, mit der älteren Grafik, ist egal. Wir haben uns dieses DLC runtergeladen, weil das ist auf Deutsch. Und ich spiele lieber auf Deutsch mit ein bisschen schlechterer Grafik als schöne Grafik und dann nur Englisch. Und genau so schaut es aus und wir starten rein. Katzkratz fragt, wie geht es? Schlechten Leuten geht es immer gut. Mir geht es top. Let's go. Folge 5, Realität 2.0. Ja, das Intro hat jedes Mal eine andere Farbe, ne? Heute ist es grün. Ich freue mir. Realität 2.0. Unruhen in den Dakotas. Verteil gleich viele riesige Kampfroboter an beide Seiten. Und dem Gewinner erzählst du nachher, wir hätten seine Seite von vornherein unterstützt. Illegale Einwanderung. Bilde die neuen Mitbürger zu Piloten für die Kampfroboter aus. Kritik unsere Innenpolitik sei zu abhängig von riesigen Kampfrobotern. Das sollen sie meinem Pressesprecher erzählen, dem neuen Verstümmlomaten 9000. Wenn das wieder die Trüge von der Air Force One sind, sag ihnen, sie kriegen den Schlüssel erst wieder, wenn sie das Zauberwort sagen. Ruhe, Max. Der Commissioner ist dran. Totaler Zusammenbruch der Wirtschaft und Untergang der westlichen Zivilisation? Beim großen grinsenden Kopf von Johannes dem Säufer mit Schweinsgliedermütze in einem Bowlingkugelsack sind schon unterwegs. Was? Wir müssen uns um eine Computerkrise kümmern, Kleiner. Ich brüche von dem. Immer geil. Die Sache ist größer, Max. Computer im ganzen Land spielen verrückt. Flugzeuge fallen vom Himmel. Atomreaktoren nähern sich der Kernschmelze. Und tausende von Käsegesichtigen Computerfreaks sind gezwungen, rauszugehen und mit normalen Leuten zu reden. Eine Horrorvision. Wo fangen wir an? Nein, nicht die Käsegesichtigen Computerfreaks. Was für ein unglaublich praktischer Zufall. Wie finden wir denn einen Elektronenimpuls? Keine Ahnung. Gehen wir. Keine Ahnung. Let's go. Ach, geil. Habt ihr den Teppich gesehen? Aus dem weißen Haus? Da steht ja eigentlich drauf, E Pluribus Onum. Das heißt, aus vielen zu einem. Also, die vielen Staaten ergeben dann halt ein großes Amerika. Und der hat das Pluribus, das aus vielen, hat er weggestrichen und hat da geschrieben, E Numero Unum. Wahrscheinlich, weil er das Lateinisch gar nicht versteht und sich einfach nur als die Nummer 1 bezeichnen wollte. Die Nummer 1. Herrlich. Ach, Max. Max. Als allererstes müssen wir in den Schrank reingucken. In dem Schrank kommt immer ein neues Ding hinzu von der Folge davor. Ist da jetzt eine Abe Lincoln Kopf oder Mütze oder was drin? Ach, der Kopf des Präsidenten. Der Präsident war ja bloß eine Marionette, ne? Ach, wenn er nur eine Marionette war, Max. Findest du es nicht unbedingt, den Kopf eines früheren Präsidenten im Schrank aufzubewahren? Du hast recht, Sam. Besorg mir bitte einen Speer. Auf den Speer. Auf den Spießen. Ja. Das ist der zum immer noch da. Der Lennart. Herrlich. Hast du Hunger, Lennart? Ich bin nicht sicher. 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 Gut, dann vielleicht später. Ach, herrlich. Ach, das wird toll. Was ist hier? Wanted? Linkens Kopf. Immer noch auf freiem Fuß. Linkens Kopf. Immer noch auf freiem Fuß. Aber der hat doch keine Füße. Okay, okay. Und da war eine Enemies-List. Eine Feindes-List. Konntet ihr lesen, was da aufsteht? Ich glaube, er hat was gegen Käfee Lee. Ich kenne die gar nicht. Ich kenne die nur aus einem South Park-Witz. Ich kenne die nur aus einem South Park-Witz. Da gab es den Käfee Lee Griffith Award. Also den Käfee Lee Griffith Preis. Und der Preis geht an die Person, die am wahrscheinlichsten ist, überhaupt aufzutauchen, um den Preis zu erhalten. Soll das irgendwie so eine Anspielung drauf sein, dass die einfach zu allen Award Shows auftaucht, aber niemals einen Preis bekommt? Könnte gemein sein. Wir googeln das mal ganz kurz. Wer ist denn Käfee Lee Griffith? Ich glaube, sie ist ein Rot-Shop. Aber mehr weiß ich auch nicht. Käfee Lee Griffith? 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 Nee, Blond. Da war sie mal rot. Ja, ne? Bei einer Frau gibt es nicht nur eine Haarfarbe. Das alterniert halt. Käfee Lee Griffith. Ja, keine Ahnung, sagt mir gar nichts. Absolut gar nichts. Wird wahrscheinlich in Amerika irgendwie ein Thema sein. Egal. Ratten los. Die kleine Ratte ist nicht zu Hause. Die kleine Ratte, die liegt wahrscheinlich immer noch im Swimmingpool im Weißen Haus, oder? Offenbar hat die Computer-Krise auch die Fernsehsendernamen gelegt. Nein! Wie auch immer, auf jeden Fall ist es ernst. Nicht den Fernseher! Was? Xela hat wieder eine Stream-Serie geteilt und dazu einen Post abgelassen. Was macht ein Steak unterm Sofa? Sich verstaken. Ja, typischer Xela-Humor, ne? Hallo, Mr. President. Hier spricht Margie, Ihre Terminplanungsassistentin. Wir hatten da ein paar Änderungen dieser Woche. Sie haben immer noch eine Höhung wegen Amtsenthebungsverfahren am Hotel, Dienstag und Donnerstag. Aber die von mittleren Segen-Serie-Prozesse von dem Kriegsverbrecher ist ohnehin verschoben worden. Danke. Der hat mehrere Amtsenthebungsverfahren gegen sich laufen und gleichzeitig noch ein Tribunal wegen Kriegsverbrechen. Das ist halt Max, ne? Das ist ein kleiner Chaos-Keks. Also, was erwartest du da? Das ist Max. Das ist Max. Siehst du hier irgendwas, das gewaltige Elektronenimpulse verursachen und damit Computer im ganzen Land zum Absturz bringen könnte? Ist ja gut, ich gestehe. Ich habe zu viel fern gesehen. Da lief diese lange Dieter-Buhlen-Nacht mit all seinen schlechtesten Liedern. Selbst das würde wohl nicht ausreichen. Wir müssen uns anderswo umsehen. Halt zum Henker, Dieter-Buhlen. Haben die sich nicht getraut, Dieter-Buhlen zu sagen? Und alle seine schlechtesten Lieder? Geil, geil. Ja, 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 ja. Beides immer das Lustige. Der Bullen selber, der hat eigentlich nie so toll gesungen. Der ist ja mit Thomas Anders zusammen als Duo aufgetreten. Und Thomas Anders war halt der große Sänger. Und der Bullen war eher so der Kopf dahinter. Irgendwie hat er es geschafft. Ich weiß nicht wie. Das heutzutage kennt noch kaum jemand den Anders. Genau, Modern Talking. Genau, Modern Talking. Für die, die es nicht kennen, Modern Talking hieß die Band. Aus Dieter-Buhlen und Thomas Anders. Heutzutage kennt kaum noch jemand Thomas Anders. Aber Dieter-Buhlen ist überall. Obwohl er selber nicht singen kann. Der Mann kann nicht singen. Tut mir leid. Könnt ihr behaupten, was ihr wollt. Aber ohne Nachbearbeitung am Computer kann der nicht singen. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich selber nicht singe. Ich behaupte nicht, ich wäre besser. Ich singe genauso scheußlich wie er. Aber er hatte die Technologie. Und er hatte den Thomas Anders. Und irgendwie hat er es dann geschafft. Also der hat dann Modern Talking aufgelöst irgendwann. Nachdem er selber berühmt genug war. Und im Fernsehen überall war. Und irgendwie hat er es geschafft, dass er heutzutage so reich ist. Und jeder ihn kennt. Aber den Anders? Macht der noch was? Wann hat man das letzte Mal was von Thomas Anders gehört? Finde ich schade. Weil der war eigentlich der... Er war die Stimme von Modern Talking. Und der Bull, der war der, der einfach nur das Talken macht. Das dumme Labern. Das macht er ja immer noch im Fernsehen. Das dumme Labern. Da du ja im Moment der Präsident der Vereinigten Staaten bist, kannst du da nicht mal jemanden besorgen, der wenigstens die Gardinen wäscht? Tut mir leid. All meine Wäschereien sind entweder mit meiner weißen Weste oder mit meinem Schwarzgeld voll ausgelastet. Sind die Lieder richtig schlecht? Nö, Modern Talking hat gute Musik gemacht. Wie gesagt, wegen Thomas Anders. Thomas Anders konnte gut singen und das von Bohlen hat man dann am Computer noch ein bisschen nachverbessert. Modern Talking habe ich sogar damals relativ viel gehört. Das lief ja überall. Das lief überall. Google das einfach mal. Du wirst auf jeden Fall Lieder von denen kennen. Definitiv schon mal irgendwo gehört. Hast bloß dich damit assoziiert. Aber hast du definitiv schon mal irgendwo im Radio gehört. Das läuft ja teilweise heutzutage noch. Nicht mehr in den Hits, aber in den Klassikern vielleicht mal. Man merkt halt doch selber keinen. Traumatisierten Kinder noch gleich im Saal betreuen zu können. Therapeuten dabei. Ach geil. Oh, der Hammer. Der Max hat doch selber keinen Schulabschluss. Noch etwas, Mr. President. Ihre Gegner haben sich entschlossen, die wöchentliche Neuauszählung der Wählerstimmen abzusetzen. Laut ihrem Terminkalender sollten sie dadurch die eineinhalb Stunden frei haben, die sie sich jede Woche als zeit- für himmisches Gelächter reserviert hatten. Also komm. Modern Talking muss man doch kennen. Ich will jetzt hier kein Lied abspielen, weil sonst kriege ich wieder Copyright-Probleme. Aber ich kann es ja mal kurz hier googeln. Sherry Sherry Lady. Noch nie gehört? Sherry Sherry Lady. You're my heart. You're my soul. Brother Louie sagt jetzt der Erzähler gerade. Also ich finde Sherry Sherry Lady und You're my heart, You're my soul hat jeder schon mal gehört. Irgendwo lief das schon mal im Radio oder im Fernsehen oder sowas. Klick es mal kurz an. Guck es dir mal kurz an. Ich mache es jetzt nicht, weil sonst kriege ich wieder Copyright-Probleme. Aber Modern Talking. kann ich mir nicht vorstellen, dass man noch nie ein Lied von denen gehört hat. Hallo Mr. President. Hier spricht Margie, Ihre Terminplanungsassistentin. Wir hatten da ein paar Änderungen. Ah, das hatten wir schon. Wir haben immer noch Einhörungen wegen Amtsenthebungsverfahren am Montag, Dienstag und Donnerstag. Aber die von Mittwoch ist wegen Ihres Prozesses vor dem Kriegsverbrechertribunal verschoben. Ach, herrlich. Kriegsverbrechertribunal. Ach, ich freue mich schon. Es wird so lustig wieder heute. Ich bin gestern nochmal extra einkaufen gegangen, um sicherzustellen, dass ich auch Popcorn da habe für heute. Ich habe dann wieder später salziges Mikrowellenpopcorn und für meine Schwester habe ich Karamellpopcorn besorgt. Ja, die mag das eher süß. Ich weiß nicht, ob die sich nochmal kurz mit dazusetzen möchte und hier vielleicht nochmal dann Hallo sagt oder so. Ist ihr überlassen. Aber Popcorn ist gesichert. Habt ihr euer Popcorn auch schon fertig? Zack, zack. Metropolitan Ballett. Ist das ein Raccoon? Ist das ein Waschbär? Frättchen. Das ist ein Frittchen. Oh, weiß nicht. Ich glaube so eine halbe Stunde vielleicht oder so. Stinker gegen den Gesundheitsausschuss. Das ist doch kein fairer Kampf. Eine einzige von Stinkers Kakerlaken könnte den gesamten Gesundheitsausschuss flachlegen, selbst wenn man ihr vorher fünf Gliedmaßen hinter den Thorax bindet. Interessanterweise ist das genau der Grund, warum sie diese Anhörung durchführen. Giraffe verloren. Bobo. Haltet mal ausschauen, ob wir heute irgendwo eine Giraffe antreffen. Die so random rumläuft. Bobo. Die verlorene Giraffe. Oh, ich hab sie gefunden. Hört auf den Namen Bobo. Dann hab ich die falsche Giraffe. Meine hörte auf niemanden außer Lieutenant Alfred Apfel-Lutscher. Was? Lieutenant Alfred Apfel-Lutscher? Impeach Präsident Max. Also, ähm. Was heißt denn Impeach? Werft ihn aus dem Amt quasi, ne? Das Amtentzäbungsverfahren. Zwingt Präsident Max zum Rücktritt. USA raus aus Nordakota. Ehrlich, ey. Da fackelst du mal ein, zwei Dutzend Nationalen. Das hab ich bei Trump damals nie verstanden. Trump wurde zweimal offiziell erfolgreich impeached. Der wurde quasi zweimal aus dem Amt enthoben. Und ist trotzdem einfach im Amt geblieben. Das fand ich frech. Den hätte man eigentlich in Handschellen rauszerren müssen. Hab ich nie verstanden, warum der dann gesagt hat, ich bleib trotzdem. Der wurde zweimal in seiner Amtszeit impeached. Offiziell erfolgreich impeached. Die haben es sogar mehrmals versucht, drei, vier Mal oder so. Und zweimal wurde der impeached. Warum ist der nicht rausgeflogen? Hab ich nie verstanden. Der hat dann einfach gesagt, nö, ich bleib einfach Trump und Trump. Ich bin der Präsident, was wollt ihr machen? Hab ich nie verstanden. Secret serve ice cream? Auf die Tarnung fällt doch kein Idiot rein. Uh, Eis. Ich nehme zwei Kugeln Vanille mit Sahne. Das ist der Secret Service. Der Secret Service muss ja den Max quasi immer beschützen. Egal, wo der hingeht. Der hat immer Bodyguards irgendwo mit dabei. Und weil sie es vielleicht so ins Spiel nicht einbauen wollten, dass die uns die ganze Zeit hinterherlaufen, haben die halt hier einen Lieferwagen hingestellt. Da sitzt das Secret Service drin. Ja, und jetzt sind wir wieder bei Sibyls. Offen 24 Stunden. Bin ich mal gespannt, was macht sie jetzt? Beta-Tests. Also, erst waren es Tattoos. Dann war sie Psychotherapeut. Dann hatte sie einen Zeitungsverlag. Dann war sie eine professionelle Zeugenaussagerin. Professioneller Zeuge vor Gericht. Wie auch immer das heißt. Und dann war sie Patent... Ich kann es nicht lesen. Kann es nicht lesen. Ist zu klein. Aber auf jeden Fall hatte sie dieses komische Gerät, mit dem man über Kohlenstoff Sachen... ... das Alter herstellen konnte. Äh, nicht herstellen. Feststellen konnte. Palaeontologin vielleicht? Ich weiß es nicht. Und jetzt ist sie Beta-Testerin. Schau mal rein, was auch immer das heißt. Beta-Tests. Hallo, Sibyl, hast du... Ich bin umzingelt. Blitzschlag, Blitzschlag! Halt lieber Abstand, Meg. Sibyl ist wohl endgültig übergeschnappt. Na endlich, mit ihrem relativ stabilen Geisteszustand hat sie den Rest der Gegend hier noch schlimmer aussehen lassen. Zurück, Teufelsdämonen. Mit dem Schwert der Rechtschaffenheit verbanne ich euch ins Nichts. Das erinnert mich an unsere Motivationsvorträge, die wir damals bei den Bibelkursen gehalten haben. Wenn ich mir das genauer anschaue, sieht das aus wie unser letzter Fall. Und der vorletzte und der vorvorletzte. Wenn es irgendwas gibt, was ich inzwischen auf den ersten Blick erkenne, sind das Hypnosegeräte. Und diese komische Brille ist eins. Schleudere stechende Wolken der unheiligen Zerschmetterung. Um sie aus dieser Trance rauszuholen, ist ein kräftiger Schlag auf den Kopf nötig. Weißt du, wenn man seinen Beruf wirklich liebt, fühlt sich das, was man tut, gar nicht mehr nach Arbeit an. Ich dachte, das wäre eine VR-Brille, also Virtual Reality. Und sie säuft hier ein Energy nach dem anderen, um halt ihre Spieletests zu machen. Spiele-Reviews oder sowas. Aber es könnte tatsächlich eine Hypnose-Brille sein. Und wir sollen ihr mal ordentlich eine reinhauen. Das macht man doch aber nicht bei einer Lady. Macht man doch nicht. Abgeschlossen. Ja, wobei, also, ich bin ja der Meinung, Frauen sind ja immer für gleiche Rechte. Also, auch gleiche Linke. Zurück, ihr Dämonen! Zaubere Schutzwahl der stinkenden Eglichkeit! Ich komme nicht nah genug an sie ran, Max. Ach, verdammt! Wir kommen nicht nah genug ran. Wir dürfen die Frau doch nicht verprügeln. Oh mein Gott, bitte keine Clips machen, ich werde gecancelt. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass der Sibyl-Lincoln-Sex-Skandal nie in den Zeitungen erwähnt wurde. Der Sibyl-Lincoln-Sex-Skandal. Ja, ja, den haben wir ja uns ausgedacht letztes Mal. Können sie doch nicht einfach abknallen? Können wir irgendwas auf sie drauffallen lassen vielleicht? Ich will nicht auf sie schießen. Ich kann doch Sibyl nicht erschießen. Können wir vielleicht den Max irgendwie auf sie schleudern? Er erkennt sogar, dass es eine VR-Brille ist. Eine Virtual-Reality-Brille, aber mit Hypnose-Zeug irgendwie drauf, ne? Sibyl wurde definitiv von dieser Brille hypnotisiert, die sie trägt. Erste-Hilfe-Standard-Verfahren. Brat dir einen über den Schädel. Ich komme nicht nah genug an sie ran, Max. Ich kann den Erste-Hilfe-Schlag nicht ausführen. Verdammt! Was immer auch mit Sibyl los sein mag, es ist auf jeden Fall etwas völlig Ungewöhnliches. Meinst du, es hat irgendwas mit diesen elektronischen Puls-Blitz-Dings-Da-Boomsters zu tun? Gut möglich, Kleiner. Hm. Eine Frage möchte ich dir nur gleich vorab beantworten. Nein, du kriegst keine Tätowierung, nur weil wir schon mal hier sind. Nicht mal einen kleinen schreinenden Eidechsen-Schädel, der sich aus einem brennenden Fass Säure erhebt, auf dem Liebe steht? Ist das nicht das Logo des Landwirtschaftsministeriums? Was? Noch nicht. Ah, was, 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 was? Hauen wir rein. Ja, hauen wir rein. Das ist, äh, das Ziel hier. Die Frage ist, wie machen wir das? Können wir sie vielleicht einfach ansprechen? Okay, also die ist definitiv irgendwie in einem Computerspiel drin, ne? Hauberer, irgendwas und so. Ähm, ich wünschte mir, wir hätten noch diesen Greifer, den wir hatten. Damals bei, bei, war das, war das noch beim allerersten? Beim Hit the Road? Also noch vor Season 1, da hatten wir so einen komischen Greifarm. Und da konnten wir eine Faust drauf machen und dann halt weit weg zuschlagen. Wünschte mir, das Ding hätten wir jetzt noch. Okay. Sie hat folgendes gesagt. Das Plus-2-Schwert wird mir gehören. Mir! Hm. Hm. Das ist die große Preisfrage. Wir müssen wahrscheinlich erst mal irgendwo was anderes machen gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich einfach so eine Verlängerung brauchen. Verlängerungsarm oder irgendwas. Ja. Gehen wir uns noch ein bisschen weiter umgucken. Zu Bosco zum Beispiel. Das ist so das Erste, was man immer macht, oder? Bei einer neuen Folge. Kurz zu Sibyl, kurz zu Bosco. Schauen, was die für neue, verrückte Sachen erledigen. Oder sich ausgedacht haben. Bosco spielt meistens immer wieder einen neuen Charakter. Weil er sich immer vor der Regierung oder vor irgendwas versteckt. in der letzten Folge war, glaube ich, ein Russe. Boscovich. Genosse Boscovich. Oh. Was liegt denn da? Das sah gerade komisch aus. Was ist drin? Ich verstehe immer noch nicht, warum wir einen völlig einwandfreien Teppich wegschmeißen mussten. Weil er nicht zu den Gardinen gepasst hat. Ach, unser Teppich. Ja, aber der hat doch jetzt den neuen, den Präsidententeppich ausgelegt. E numero uno. Die Esperanto-Buchhandlung hat schon wieder zugemacht. Oh, das ging schnell. Sogar für diese Gegend. Hm. Bad News und Worth News. Schlechte Nachrichten und schlechtere Nachrichten. Kaffeemaschine der Redaktion schon den dritten Tag in Folge leer. Das ist noch investigativer Lokaljournalismus von Feinsten. Wie sollen sie sich einfach Kaffee machen? Wo ist das Problem? Lincolns Amoklauf endet in bunter Pilzwolke. Na bitte, man muss auch mal das Positive an der Sache sehen. Weite Teile Washingtons noch unbewohnbar. Einige Sachen ändern sich halt nie. Wir haben ja volle Kanne einer Rakete auf den abgefeuert, ne? Ich glaube sogar eine Atomrakete. Und dann sind wir mit dem Auto hinterher gefahren, um uns die Explosion anzugucken. Der ist 10 Meter vor uns oder sowas in die Luft gejagt worden. Von einer Atomrakete. Und wir sind dem hinterher gefahren und haben uns das angeguckt. Das war total bekloppt. Jedes Mal, wenn ich mir das anschaue, spüre ich einen drohenden Unfall. Türkisch Army Surplus. Kent Matten. Ah, ähm. Was ist denn Matten? Scharf, oder? Scharf in der Dose. Äh. Halt Überschuss von der türkischen Armee. Also, was die halt über hatten, ne? Atomo Seltzer. Extra stark. Seltzer, das ist einfach nur Sprudelwasser. Wie, ja. Seltzer ist irgend so eine teure Firma von denen, was einfach nur Mineralwasser ist quasi. Atomo. Aber Atom verseuchtet Seltzer. Okay, lecker. Special Lye. Das ist ein Lye mit Y geschrieben. Besondere Lüge? Wäre ich nicht. Payday. Giftwrap. Refurbished. Giftwrap. Cheap. Okay. Kannst du gebrauchte Geschenke nochmal neu verpacken lassen. Wenn dir ein Geschenk nicht gefällt, lass es neu verpacken und verschenk es jemand anderem. Dieser Kaugummi-Automat sieht ziemlich mitgenommen aus. Eine Bande von etwa fünf Zahnärzten kam gestern Abend vorbei und vier der Jungs fingen sofort an, auf das Gerät einzudreschen. Was hat der fünfte gemacht? Der hat nur geschlupft und sagte dauernd sowas wie, warum können wir das nicht alles friedlich regeln? Ach ja, stimmt. In der letzten Folge hatten die da Fluorid-Kaugummis reingepackt. Das ist ja gut für die Zähne. Das ist gut für die Zähne. Und das gefällt den Zahnärzten natürlich nicht. Ehrlich. Voskos Inconvenience. Let's go. Voskos Inconvenience.